Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wird es endlich mal wieder Zeit, dass wir über meinen neuen Daily Driver, also das Smartphone, das ich so tagtäglich im Alltag benutze, sprechen. Das ist nach wie vor mit Abstand die Frage, die ihr mir am häufigsten stellt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut dieses Format hier bei euch ankommt. Und deshalb will ich die Frage natürlich auch heute wieder ganz ausführlich beantworten. Die letzte Ausgabe dieses Formats ging, glaube ich, Ende Dezember 2018 online. Seitdem ist natürlich über ein halbes Jahr vergangen. In der Zeit sind sehr, sehr viele gute Smartphones auf den Markt gekommen. Viele davon liegen jetzt auch vor mir und ich habe mich jetzt endlich für eins entschieden. Ich werde euch wie immer erstmal erzählen, welche Geräte überhaupt zur Auswahl standen und dann nach und nach erklären, wieso ich mich für Gerät X und nicht für eins der anderen entschieden habe. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! So, starten wir vielleicht wie immer erstmal mit einer kurzen Aufzählung der Geräte, die überhaupt zur Wahl standen. Dieses Mal ist es tatsächlich so, dass ich alle Geräte, die für mich zur Wahl standen, auch hier vor mir liegen habe. Das war ja die letzten Male nicht unbedingt immer so. Da hätten wir das iPhone XS, das XS Max, das OnePlus 7 Pro, das Samsung Galaxy S10 bzw. S10 Plus, das Huawei P30 Pro und das Mate 20 Pro. Und last but not least auch noch das Sony Xperia 1. Das ist übrigens auch der Grund, wieso dieses Video hier etwas länger auf sich warten ließ, denn ich wollte das Xperia 1 auf jeden Fall noch testen, bevor ich mich für einen neuen Daily Driver entscheide. Einfach, weil es mir bei der Vorstellung im Februar, also Ende Februar, ziemlich gut gefallen hat und ich mir dachte, das könnte mal wieder was werden. Ich könnte jetzt auch noch andere Smartphones mit dazulegen, wie das Google Pixel 3 XL oder das iPhone XR. Aber wieso die beiden zum Beispiel nichts für mich sind, habe ich euch ja im letzten Format oder in der letzten Ausgabe schon erzählt und seitdem hat sich da auch nichts geändert. Also macht es für mich wenig Sinn, sie einfach nur mit dazuzunehmen, damit ich hier mehr Smartphones auf dem Tisch liegen habe. An der Stelle auch wie immer der obligatorische Hinweis, nur weil jetzt irgendein Smartphone, das ihr vielleicht ganz gut findet, bei meiner Auswahl nicht mit dabei ist, heißt es nicht automatisch, dass dieses Smartphone schlecht ist. Es heißt einfach nur, dass ich es persönlich vielleicht nicht so gern mag und wie gesagt, es geht ja auch um meinen neuen Daily Driver, steht schon im Titel. Und ich sage es immer wieder, das hier ist vermutlich das subjektivste Format auf meinem Kanal überhaupt. Ja, und deshalb wollte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, weil ich mir einbilde, dass ich normalerweise meine Videos schon ziemlich objektiv halte. Dieses Video hier definitiv nicht. So, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die letzte Ausgabe. Da habe ich mich ja für das iPhone XS und für das Huawei Mate 20 Pro entschieden. Und ich weiß schon wieder, was sich jetzt einige von euch denken, das ist ja eh wieder ein iPhone geworden bei dir. Kann man schon mal vorwegnehmen, das iPhone XS ist es diesmal nicht geworden. Und es könnte sein, dass ich mich diesmal über dieses Smartphone ziemlich aufgehe, aber dazu dann vielleicht später noch mehr. So, fangen wir vielleicht direkt mit dem Smartphone an, das das aktuellste ist. Wie gesagt, der Grund, wieso das Video hier so lange auf sich warten ließ. Wieso ich mich gegen das Sony Xperia 1 als meinen neuen Daily Driver entschieden habe, können sich vermutlich diejenigen, die mein Review vor ein paar Tagen gesehen haben, eh schon denken. Denn so sehr ich das Display, die Performance und die Software hier mag, die Akkulaufzeit und die Kamera haben es mir persönlich einfach vermisst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dem 21 zu 9 Seiten Verhältnis bei Smartphones bisher noch nicht so wirklich anfreunden konnte. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Vorteil gegenüber anderen Verhältnissen, eher Nachteile und der Content fehlt halt auch noch. Außerdem unterstützt das Xperia 1 anders als der Vorgänger leider kein Wireless Charging mehr und wer mich etwas besser kennt, der weiß, dass ich auf dieses Feature persönlich einfach extrem viel Wert lege. Insofern, also aus all diesen Gründen, fiel es mir eigentlich relativ leicht, mich gegen das Sony Xperia 1 zu entscheiden. Ja, auch gegen das Samsung Galaxy S10 und S10 Plus habe ich mich ehrlich gesagt schneller entschieden, als ich es vielleicht vor der Vorstellung im Februar noch gedacht hätte. Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass diese beiden Smartphones hier von all den Geräten zusammen mit dem Huawei Mate 20 Pro vielleicht momentan das beste Gesamtpaket bieten. Aber das hilft mir halt alles nichts, wenn einfach die Akkulaufzeit nicht stimmt und ich persönlich mit dem Design nicht klarkomme. Was meine ich jetzt damit? Das S10 hat für mich eigentlich die nahezu perfekte Größe. Die Akkulaufzeit ist aber einfach schlecht. Ich komme damit oft kaum durch den Tag, vor allem wenn der mal etwas länger ist. Der Standby Verbrauch ist einfach nach wie vor viel zu hoch, trotz diverser Updates. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das einfach am Prozessor liegt. Habe ich ja in meinem Langzeittest auch schon erklärt. Beim S10 Plus ist es dann so, dass die Akkulaufzeit aufgrund des größeren Akkus natürlich etwas besser ist, aber auch nicht wirklich zufriedenstellend, wenn man bedenkt, wie gut sie bei diesem großen Akku sein könnte. Dazu kommt hier, dass das Gerät einfach aufgrund der Größe natürlich etwas unhandlicher ist und ich nach wie vor mit der Platzierung dieses Power Buttons nicht klarkomme. Ich habe es versucht, ich habe es im Langzeittest erklärt, ich habe es wirklich wochenlang versucht. Aber wenn man einfach weiß, wie gut das eigentlich, also diese Platzierung des Power Buttons bei jedem anderen Hersteller gelöst ist, also jetzt mal abgesehen von Google, dann willst du das im Alltag nicht nutzen. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn mir Leute tatsächlich erklären, sie finden das super, sie finden diese Lösung perfekt. Das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass man halt nicht gesehen hat, wie gut das, oder noch nicht gespürt hat, wie gut das bei den anderen Herstellern ist. Aber gut, das schiebe ich jetzt mal auf Geschmackssache. Ich komme damit halt einfach überhaupt nicht klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir von der Kamera mehr erhofft hätte, aber mit der Kamera hätte ich klarkommen können. Also die Kamera ist wirklich bei allen Geräten, die hier liegen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jetzt vielleicht mit kleinen Abstrichen beim Xperia One, aber wie gesagt, an der Kamera hätte es nicht gescheitert. Trotzdem muss ich auch sagen, haben die beiden hier, also das S10 und das S10 Plus, super Displays. Sie sind super hochwertig, haben eine hervorragende Videoqualität und vieles, vieles mehr, was man gut finden kann und muss. Und durch die gesunkenen Preise dürften sie für viele eigentlich genau die richtige Wahl sein. Aber bei den für mich mit wichtigsten Punkten schwächeln die beiden halt leider etwas. Und deshalb ist es für mich weder das S10 noch das S10 Plus geworden. Ich bin mal gespannt, ob sich das mit dem Galaxy Note 10 ändern wird. Das soll ja auch, oder das wird die nächsten Tage vorgestellt werden. Bin gespannt, was die da machen. Also ich finde die Idee ganz cool, dass es dieses Jahr auch zwei Notes geben wird. Aber ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, einfach weil ich nie wirklich ein Note Guy war. Aber schauen wir mal, ich hoffe einfach, dass sie da die Akkulaufzeit wieder in den Griff bekommen, denn beim Note 9 war die ja richtig gut. So, als nächstes habe ich mich dann tatsächlich gegen die beiden iPhones entschieden. Also gegen das iPhone XS und gegen das iPhone XS Max. Ja, nach über eineinhalb Jahren, eigentlich mehr oder weniger durchgängig mit einem iPhone als Daily Driver, habe ich mich jetzt endlich wieder dazu entschieden, mehr oder weniger zumindest beim Smartphone komplett zurück zu Android zu wechseln. Ich fand es übrigens lustig, dass der ein oder andere mich als iPhone Fanboy bezeichnet hat. Vor allem in den Vergleichen, die ich ja immer wieder hochlade. Also zum Beispiel jetzt mit dem Galaxy S10 Plus. Ich glaube, ich habe auch mit dem Huawei Mate 20 Pro einen gemacht und so weiter. Also mich als iPhone Fanboy zu bezeichnen. Und derjenige, der zwischen dem iPhone 4S und dem iPhone X durchgängig Android-Smartphones benutzt hat, fand ich dann doch schon ziemlich lustig. Aber so läuft es halt einfach. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Ausgabe dieses Formats hier hochgeladen habe, da habe ich mich, glaube ich, für das Samsung Galaxy S8 Plus entschieden, nachdem vorher das Galaxy S7 Edge lange mein Daily Driver war. Wieder vorher das Galaxy S6 Edge. Da musste ich mir halt von einigen anhören, ich sei ein Samsung-Fanboy. Ich glaube, das würde jetzt auch nach diesem Video hier keiner mehr sagen. Was ich damit sagen will, ich bin halt einfach Fan von guten Smartphones, von den meiner Meinung nach besten Smartphones. Und ich bin nicht irgendwie Fan von irgendeinem Hersteller. Für mich gewinnt immer das Gerät, was für mich persönlich halt das Beste ist. Und ich glaube, wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass das nicht so dahingesagt ist. Also dass das wirklich meistens so ist. Wieso habe ich mich jetzt aber gegen mein geliebtes iPhone XS entschieden, nachdem ich ja im Dezember echt noch so davon geschwärmt habe. Vor allem ja auch vom Vorgänger, also vom iPhone X, aber da hat sich ja nicht viel getan. Es ist kurz und knapp, ich glaube, viele können sich schon denken, einfach die Akkulaufzeit. Ich meine, die war ja nie besonders gut. Der Akku ist hier nicht besonders groß einfach. Aber in den letzten Monaten konnte man wirklich zusehen, wie die Akkulaufzeit zumindest bei mir immer schlechter wurde. Es ist mittlerweile so, dass ich immer eine Powerbank mit dabei haben musste, wenn der Tag mal etwas länger war, auch manchmal an normalen Tagen, beziehungsweise ich das Gerät einfach etwas intensiver benutzt habe. Vor allem der Standby-Verbrauch ist bei mir einfach viel zu hoch. Also das, was ich bei iOS eigentlich immer gelobt habe. Also ich weiß noch, früher konnte ich das Ding irgendwie die Nacht lang liegen lassen und es hat vielleicht, keine Ahnung, so 3-4% Akku verbraucht, obwohl ich nicht im Flugmodus war. Das ist halt jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Also ich habe es zum Beispiel gestern wirklich kaum genutzt und trotzdem hat das Ding irgendwie in 5 Stunden 40% Akkulaufzeit verbraucht. Bah! Und glaub mir, ich habe wirklich alles versucht. Also ich habe es zigmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich habe es auch mal ohne ein Backup einzuspielen benutzt. Ich habe diverse Apps deinstalliert, die irgendwie auffällig viel verbraucht haben. Aber es hat halt einfach alles nichts geholfen. Es kamen immer mal wieder Updates, kommen ja bei iOS generell viele. Da wurde es mal wieder etwas besser. Momentan ist es einfach mit der aktuellen Software aber echt brutal schlecht und ich glaube mittlerweile einfach, dass es das halt einfach an dem Akku liegt. Das Ding ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr alt. Ich lade es sehr, sehr oft, weil wie gesagt, der Akku nicht gut ist, der Akku wird schlechter. So kann ich mir das halt erklären. Mir haben dann auch viele geraten, viele Kollegen, ey, dann hol dir doch ein iPhone XR oder ein iPhone XS Max. Das XR ist nichts für mich, weil es mir einfach optisch nicht gefällt und mir das Display zu schlecht ist. Habe ich ja letztes Jahr schon erklärt. Beim XS Max ist es dann so, dass das Gerät so groß und unhandlich ist, dass ich es eigentlich nicht nutzen möchte. Beziehungsweise ich mir einfach denke, wenn ich schon auf so ein großes Gerät wechsle, dann kann ich auch gleich zu einem OnePlus 7 Pro, Huawei Mate 20 Pro oder P30 Pro greifen. Die gefallen mir nämlich einfach persönlich noch besser. Und genau so lief es dann letztendlich auch. Auch wenn das iPhone XS für mich nach wie vor den perfekten Formfaktor hat, ich die Display-Kalibrierung und die Video-Qualität liebe und das Zusammenspiel mit einem Mac an manchen Stellen echt vermisse, komme ich mit der Akkulaufzeit einfach nicht mehr klar. Ich hoffe wirklich, dass es mit den neuen iPhones, die vermutlich wieder im September kommen, besser wird. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, also beim Design soll sich ja bis auf diese, ja auf den Leaks komisch aussehende, was ist es, Quad- oder Triple-Kamera nicht viel ändern. Also ich bezweifle, dass sie hier beim XS endlich einen größeren Akku verbauen. Das müssten sie halt machen, wenn die Akkulaufzeit besser werden soll. Ich meine, man sieht es ja beim XS Max, das hat ja auch keinen riesengroßen Akku, aber halt eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Soviel also zu den iPhones. Jetzt stehen also noch zur Wahl das OnePlus 7 Pro, das Huawei Mate 20 Pro und das P30 Pro. Und glaubt mir, die Entscheidung fiel mir wirklich, wirklich nicht einfach, aber ich habe mich dann letztendlich doch gegen das OnePlus 7 Pro entschieden. Und das, obwohl es meiner Meinung nach von all den Geräten hier das optisch schönste ist, das beste Display hat und die beste Performance hat. Aber es ist mir einfach zu groß und die Akkulaufzeit kann nicht mit den beiden Huaweis mithalten. Ja, wenn man das Display natürlich auf 60 Hertz stellt, dann wird die Akkulaufzeit besser, dann ist sie aber auch nicht auf Huawei-Niveau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr kauft euch doch auch kein Lamborghini und fahrt damit dann auf der Autobahn 130. Also vorausgesetzt, ihr dürftet da schneller fahren natürlich. Ich meine, das macht doch keiner. Ich nehme mir hier doch nicht das Alleinstellungsmerkmal weg. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Kamera in meinen Augen noch immer hinter Huawei und Google hinterher hängt. Auch wenn die mit einem der letzten Updates wirklich sichtbar besser geworden ist, gibt es da noch immer Luft nach oben. Also das überhalten mir in letzter Zeit ein paar Kollegen zu sehr. Ich habe da Videos gesehen, wo es irgendwie hieß, das OnePlus 7 Pro hat jetzt die beste Kamera auf dem Markt. Nein, so ist es nicht. Also es ist eine sehr gute Kamera, aber es ist definitiv nicht die beste auf dem Markt. Also das wollte ich hier auch nochmal ganz klar gesagt haben. Aber ich sage euch auch, also OnePlus, wenn ihr das hier seht, wenn ihr Ende des Jahres, und das werdet ihr ja vielleicht noch ein OnePlus 7T oder OnePlus 7T Pro auf dem Markt denkt, das etwas handlicher ist und das eine bessere Akkulaufzeit hat, dann habt ihr mich wirklich. Weil, wie gesagt, das OnePlus 7 Pro ist für mich einfach designtechnisch das schönste Smartphone. Und diese schöne, blaue, matte Rückseite im Zusammenspiel mit den quasi nicht vorhandenen Displayrändern, weil man hier keine Notch hat, keinen Punchhole. Das ist für mich einfach the way to go. So, jetzt stehen also noch zwei Smartphones zur Wahl, beide von Huawei, das P30 Pro und das Mate 20 Pro. Was ich an diesen beiden Smartphones einfach liebe, ist die geniale Akkulaufzeit, ist jetzt glaube ich schon rübergekommen im Video, und die noch genialere Kamera. Und deshalb habe ich mich dann letztendlich auch Trommelwirbel für das Huawei P30 Pro entschieden. Einfach, weil das in den beiden Punkten nochmal einen Tick besser ist. Die Kamera hat einfach einen noch besseren Dynamikumfang, eine noch bessere Lowlight Performance, eine noch bessere Weitwinkelkamera und einen noch besseren Zoom. Wobei ich da sagen musste, dass ich den im Alltag gar nicht mal so häufig nutze. Aber ja, die Kamera macht einfach so, so viel Spaß. Wenn Sie da jetzt das mit den Videos noch hinbekommen würden, dann wäre es einfach wirklich die perfekte Kamera. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass bei mir das P30 Pro im Vergleich zum Mate 20 Pro nochmal eine etwas bessere Akkulaufzeit hat, was vermutlich einfach hier an der niedrigeren Display-Auflösung liegt. Und da muss ich halt sagen, ja, auch wenn ich eine hohe Auflösung geil finde, ist mir jetzt persönlich die etwas bessere Helligkeit und die bessere Farbdarstellung beim P30 Pro wichtiger. Ich meine, ich habe ja eh nie einen großen Hehl draus gemacht, dass die Auflösung für mich persönlich jetzt nicht das Wichtigste ist. Da muss ich jetzt wieder aufpassen, was ich sage, weil mir dann wieder irgendjemand vorwirft, dass ich irgendwann mal bei irgendeinem Samsung-Smartphone die HD-Plus-Auflösung kritisiert habe oder beim iPhone XR die Auflösung. Aber ja, ich bin einfach der Meinung, wenn wir bei 400 ppi angelangt sind, reicht das aus. Wobei ich sagen muss, also die Auflösung könnte beim P30 Pro schon etwas höher sein. Aber wie gesagt, das reicht mir aus. Da lege ich dann einfach auf andere Dinge noch mehr Wert. Und ja, dafür nehme ich halt hier dann einfach gern lieber das etwas bessere Panel. Last but not least hat das P30 Pro auch einfach den etwas besseren Lautsprecher, wobei der nicht perfekt ist, und die Cleaner-Riff-Cont. Ich wäre eigentlich echt bereit gewesen, das für die geniale 3D-Gesichtserkennung des Mate zu opfern. Aber ich komme mittlerweile mit dem Fingerabdrucksensor des P30 Pro echt gut klar und vermisse diese 3D-Gesichtserkennung gar nicht mal so sehr. Das Einzige, was mich am P30 Pro wirklich stört, das sind die Abmessungen und die Videoqualität. Aber was die Größe angeht, sind die anderen Geräte halt auch nicht viel besser, beziehungsweise die, die es sind, die haben halt einfach eine schlechte Akkulaufzeit. Hatten wir ja eben schon. Und wegen der Videoqualität sage ich euch ganz ehrlich, also wenn ich mal weiß, dass ich wirklich was mit dem Smartphone filmen muss, was wichtig ist, also jetzt zum Beispiel bei einem Termin, oder wenn ich einfach weiß, ich muss Instagram-Stories machen, oder ich möchte gerne Instagram-Stories machen, ich muss irgendwie auf Twitter und so weiter was hochladen, also für euch, dann nehme ich halt einfach immer noch das iPhone XS als Backup mit. Das liegt aber auch in erster Linie daran, dass die Bildverarbeitung unter Android immer noch im Vergleich zu iOS deutlich schlechter ist. Und da ist es egal, welches Gerät ihr nutzt. Es ist tatsächlich in letzter Zeit ab und an vorgekommen, dass ich ein Bild mit dem P30 Pro gemacht habe und dann mit dem iPhone gepostet habe. Das auch schon mit dem Mate 20 Pro, keine Ahnung, ob das irgendwem aufgefallen ist. Aber ja, ich habe jetzt kein großes Problem, damit ab und an halt einfach zwei Smartphones mitzuschleppen. Habe ich das ganze letzte Jahr so gemacht und es ist jetzt nicht großartig schlimm. Vor allem sind es bei mir ja meistens nicht nur zwei, sondern drei oder vier, weil ich ja nebenbei auch noch andere Smartphones teste. Ja, aber wie gesagt, also damit habe ich kein Problem. Für mich persönlich bietet dieses Gerät hier momentan einfach das beste Gesamtpaket, also das P30 Pro. Und wie gesagt, gerade in Sachen Fotokamera und Akkulaufzeit ist es in meinen Augen momentan das beste Gerät auf dem Markt. Und auch sonst hat es eigentlich kaum größere Schwächen. Wireless Charging ist mit dabei und das Fast Charging ist einfach nur genial. Es ist schneller als beim iPhone XS, selbst wenn ich das mit dem iPad-Netzteil auflade. Und das, obwohl das P30 Pro hier einen mehr als doppelt so großen Akku hat. Also das ist für mich einfach nur komplett krank. Und wie gesagt, in letzter Zeit war es einfach sehr, sehr oft so, dass ich eben nur das P30 Pro mit dabei hatte und damit eigentlich sehr, sehr glücklich war. Und das ist für mich immer so das beste Zeichen. Also das hier ist mein neuer Daily Driver, das Huawei P30 Pro. Ich bin mal gespannt, wie lange es so bleibt. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass sich das vermutlich spätestens Ende des Jahres wieder ändern wird. Ich meine, in nächster Zeit kommen einfach so viele neue, interessante Smartphones auf den Markt. Es geht jetzt dann mit den Notes los. Dann kommen die iPhones. Dann kommt natürlich vermutlich auch noch ein Mate 30 Pro. Und dann hoffe ich sehr darauf, dass auch bald das Huawei Mate X auf den Markt kommt. Also ja, da bin ich schon extrem gespannt drauf. Aber momentan ist es bei mir einfach das P30 Pro. Ein Smartphone, das ich sehr, sehr gerne mag. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich euch einigermaßen verständlich rüberbringen konnte. Und vor allem auch nachvollziehbar, wieso ich mich für das P30 Pro entschieden habe. Mich würde jetzt natürlich wie immer brennend interessieren, was momentan so euer Daily Driver ist. Vielleicht habt ihr den ja auch in letzter Zeit gewechselt. Aber generell würde es mich einfach interessieren. Lasst mich das bitte unten in den Kommentaren wissen. Und da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne schreiben, was ihr so von meiner Entscheidung haltet. Könntet ihr es nachvollziehen. Hättet ihr euch vielleicht auch so entschieden, wenn ihr all diese Smartphones und noch mehr zur Wahl gehabt hättet. Oder hättet ihr euch ganz anders entschieden, weil ihr vielleicht sagt, ey, ich lege auf ganz andere Dinge Wert. Akkulaufzeit ist für mich jetzt nicht so wichtig. Bin ich auf jeden Fall unten auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt. Und da spreche ich jetzt explizit auch die iPhone XS bzw. P30 Pro Besitzer unter euch an. Ich weiß, da gibt es einige. Würden mich interessieren, ob sich eure Erfahrungen mit meinen decken. Also ob die P30 Pro Besitzer auch so zufrieden sind mit dem Gerät. Beziehungsweise ob die iPhone XS Besitzer auch mit der Akkulaufzeit nicht so zufrieden sind. Also das könnt ihr mich auch gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bewirkte, dieses Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich so ein Labervideo aufnehme. Nebenbei bemerkt hat es hier gerade irgendwie so knackige 30 Grad. Ich schwitze mir einen ab. Deshalb beende ich dieses Video hier jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.